Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas da draußen Der Skyline ist am Start, genau wie eine kleine Runde Let's Play Sniper Ghost Warrior 2 Und mal wieder wurde mir eine Frage gestellt Warum ich das überhaupt noch spiele Dass ich mal ein neues Spiel spielen soll und sowas Es ist zur Zeit überhaupt kein neues Spiel rausgekommen In der Art und Weise, was auch mich irgendwie interessiert Dementsprechend kann ich also auch nichts neues Let's Play Weil alles ja irgendwie schon alt ist Und ich muss ja auch noch die Spiele mögen, die Spiele Sonst macht es euch natürlich auch keinen Spaß Mir dabei zuzuhören und zuzugucken, wie ich spiele Und wir drücken jetzt einfach mal Start Hatte ich ja keine Informationen, würde ich sagen Das Letzte war ja ziemlich kurz, die Mission Hoffentlich, dass das jetzt mal ein bisschen mehr wird Akt 2 Und Gerechtigkeit für alle Sarajevo Bosnien 16 Horace Jewelitz 14. April 1993 Racer 3 Racer 3 2 Haben Sie Kontakt mit Zivienki aufgenommen? Over Verstanden, Uniform Alles läuft nach Plan ab Verstanden, Racer Können er liefern? Er glaubt schon, aber meiner Meinung nach ist das Ergebnis nicht das, was Sie erwartet haben Colonel Behalten Sie Ihre Meinung für sich, bis die Mission erfolgreich beendet, die Sergeant Halten Sie das Ziel hatte kurz Alleine besorgen Sie das Bildmaterial und rückzug Bestätigen Sie Jawohl, Sir, wir sind dran Ja, wir sind dran Und wir sind am dransten Wir beginnen jetzt auch sofort Dieser Krach Das warst du, oder? Messi, Messi Ab jetzt gehen wir leise, okay? Du brauchst nicht jeden umzunehmen, den du siehst Nur die Clowns, die den Nerv haben, sich uns in den Weg zu stellen Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, dass wir Vladić finden Ja, Vladić ist im Park Vom dritten Stock solltet ihr gut eure Fotos machen können Los, wir müssen vorsichtig sein Überall Soldaten Okay, ich will nichts gegen Soldaten haben Ich mache sie alle fertig mit krassen Sniper Lachen nicht Ja, und jetzt? Alle in Deckung Warte, bis er sich absetzt Was soll ich da machen? Kann ich jetzt? Okay, knall den Typen am Fenster ab Ruckzuck Das war schlecht Das war wirklich, ja, richtig Alter, f*** you Verdammter Hacke Wo wird der denn jetzt denn? Bei der ersten Anzeichen Gefahr rennt er zu seiner Mutti, oder was? Okay, gut Lassen wir uns jetzt einfach mal im Raum so stehen Und folgen diesen Knopsen mal weiter Oh nein Feuer frei Erledige sie schnell Was war das denn jetzt? Und da kre dola sie Sakre blau Was soll denn das, ey? Was soll denn das? Das war ja jetzt Bullshit, war das doch jetzt Wahrscheinlich, weil die uns unten da bemerkt haben Haben die oben angefangen zu ballern Ich sollte aufhören, mit der Piste zu ballern Erreiche die dritte Etage, um Fotos zu machen Schön bis next top mal, oder wat? Doktor Popperze Bin ich schuld? Warte bis er sich absetzt Oh f*** ich bin müde Ich frage mir, wenn ich jetzt einfach hier so Piu, 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 piu Mache Ob er, ob die das dann mitbekommen wollen Weiß ich auch nicht Ähm Oba da Okay, knall den Typen am Fenster ab Ruck, zuck Naja, mach ich mal wieder Komm, jetzt switch mal auf Aber da sind doch noch Gegner Bringen wir es hinter uns Guter Abschuss Ja, ich weiß Ist gar nicht Vorsichtig Leg ihn leise um Mach sie fertig So, wir wollen mal Keine, keine Ey, ich bin hinter dir Verdammig, du blödes Mistvieh, alter Ähm Äh Äh Oro? Stadamire Ähm, äh Ähm Kontakt vor uns Und oben bewegt sich was Geh hoch und erledige die Sache Überlass diesen hier mir Verstanden Ja Das bedeutet, dass wir uns Morat hier auf dem Okay, wer lauert hier Und wo muss ich hin? Ne, ne, ich will nicht Schuhe, ich will nicht Schuhe, ich will nicht Schuhe Also hier Woher hat die Dovon oder Eritanten Bestwoe Kommentare Wie komm ich denn hoch? Ah Okay Alter Der schon zieht mich doch Wenn ich mich jetzt da lang bewege Sieht der hinten Sieht der mich doch Jetzt kein anderer Weg Das gibt's doch nicht Na Leute, habt doch gesehen Dass ich direkt getroffen habe Da war nix Ja, ey, mach es jetzt nochmal Hier, Arschlecken Ey, er muss schon richtig Jetzt hier Los Bla, 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 bla Alle in Deckung Warte, bis er sich absetzt Hat er sich abgesetzt? Hat er sich abgesetzt? Hat er sich jetzt abgesetzt? Hat er sich abgesetzt? Hat er sich abgesetzt? Hat er sich abgesetzt? Ey du, hat er sich abgesetzt? Setz er sich jetzt ab? Okay, knall den Typen am Fenster ab Ruck zuck Ey, du hörst mich doch jetzt verarschen Okay, Leute Ich schneide jetzt hier erstmal Cut-mäßig Und, äh Dann weitermachen wir uns hier sehen Bis gleich So, willkommen zurück, meine Damen und Herren Ich fasse das einfach nicht Leute, das war doch ein scheiß Kopfschuss Sind das 30 Millionen Kilometer irgendwie oder was? Die da irgendwie daneben ballern Dass ich jetzt irgendwie 30 Millionen Kilometer von dem entfernt bin Dass ein direkter Kopfschuss kein direkter Kopfschuss ist Ist das wirklich so sinnvoll jetzt gerade? Fuck you Ernsthaft? Welcome to hell Ja, ich merk's Spacko, ey Der Typ wusste es besser als ich Was guckst du hier raus? Schön, hier ist nix Weiter, du Schmunk Oh, so sieht auch übrigens meine Wohnung zur Zeit aus Kein Teppich Wir gehen noch einen Stock höher Nein Noch ein Stock Stockschwul oder was? Scheiß Perl Ah Oh, so ist es Bläu, bläu, bläu! Bitte, Gott, nein! Schneller!